Die Geschichte vom Schneesee Die Geschichte vom Schneesee Die Geschichte vom Schneesee Was hast du denn? Schneesee Klerifi CW GCW oder DrehCW DrehCW Dann ist es nicht schlimm. GCW ist zäh und hält sich. Doch DrehCW kommt und vergeht je. Und wodurch vergeht es? Natürlich durch der Heckenhexe herrlichsten Tee. Den hellgelben Schneesee Klerifi DrehCW Fagetee Trinkt das aus, nette Schneesee Klerifi Auf einen Zug, beste Heckenhexe? Auf einen Zug, nette Schneesee Klerifi Da trank die Schneesee Klerifi auf einen Zug den Schneesee Klerifi DrehCW Fagetee Kessel aus. Und als der Schneesee Klerifi DrehCW Fagetee Kessel ausgetrunken war, hatte der hellgelbe Schneesee Klerifi DrehCW Fagetee das Schneesee Klerifi DrehCW aus dem Schneesee Klerifi DrehCW der Schneesee Klerifi weggehext. Und da stieß die glückliche Fee ein lautes Juche aus, das rings durch alle Wälder schallte. Sie hüpfte frohgemut nach Hause. Und auf dem Weg dorthin, da umarmte die Fee noch einmal ganz lieb das Reh. Im Klee, am See voll Schnee.